Oh, geht ja gleich los. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry Blood Dragon mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich bin jetzt hier. Ich will diese beiden Punkte noch einnehmen. Ich glaube, der könnte im Wasser sein. Das gefällt mir gar nicht hier mit dem Hai. Und dann sind wir auch schon in der Nähe vom Staudamm. Und hier fehlen mir noch die Suchdinger. Den Monitor hier, hier im Wasser war ein Monitor. Ich glaube, hier auf dem, da war der. Den habe ich gefunden. Den sieht man dann angezeigt. Da kann man dann... So, dann nehmen wir mal den. Oh! Oh! Oh, Gott sei Dank. Da war noch einer. Das ist der. Okay, ich will kein Pfeil verschwenden. Ich konnte ihn nicht markieren. Mist. Da ist er. Lautloser Kill. Da sind noch mehr. Oh. Scheiße, meine Uhr. Ich wollte die abnehmen. Oh. Also, ihr könnt kein Alarm machen. Aber hier ist noch irgendwo... Da sage ich mir kurz mal mindestens... Einer, noch einer. Die sind gerade gekommen. Noch ein Pfeil. Ich werde mal lauschen, ob jetzt hier Ruhe ist. Hier ist noch einer. Jetzt sollte aber mal langsam Ruhe sein hier. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Boom! Kopfschuss! Aha. Das waren alle. Oh, wartet mal. Ja, ich glaube, ich habe was vergessen. Was ich immer vergesse. Ich mache mal so und dann mache ich mal so. Genau, das habe ich vergessen. Ach ja, so ist das. Nein, es tut mir leid. Es ist einfach nur zum Fremdschämen. Ich meine, wie gesagt, das Spiel haben sie jetzt rausgebracht zum Far Cry 6 hier als Dazugabe, wenn man eine bestimmte Version gekauft hat, ich glaube die mit dem Season Pass und dann sowas. Es kann ja sein, dass Leute, die das noch nicht hatten, jetzt spielen möchten und dann sowas. Ich will den Multiplayer ja gar nicht. Ich will das nicht. Es ist wirklich zum Fremdschämen. Ein Kartenscan. Cool. Dann steht dem fröhlichen Lupen ja nichts im Wege. Ich muss jetzt aber ein bisschen sparen. Ah, dann kriegt man auch immer noch ein bisschen Geld und gar nicht mal so sehr wenig. Und die Pfeile kriegt man auch wieder. Na endlich. Ich habe schon darauf gewartet. Der ist zwebinde Pfeil. Aber ich kann ihn einsammeln. Cool. Die sind auch Mission. Sehr schön. Wir gehen gleich zum Shop. Hier hinten habe ich keinen erledigt. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich glaube, hier geht es zum Shop, ne? Ja, ja. Das ist ja nicht teuer. Ich wollte hier das. Und das ist noch ein bisschen zu teuer. Hier habe ich alles. Äh, Waffen. Nein, 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 nein. Guck, da ist auch, da ist noch nichts Neues dazugekommen. Da wird erst etwas Neues dazukommen, wenn wir wieder einen Levelaufstieg haben. 350 braucht die Kohle. Ah, man kann immer nur eine nehmen, ein Horn-Drache. Oh, ich habe gar nicht ein Jäger-Ziel. Erreiche das vorgegebene Gebiet? Ach, ich habe nicht nach den Karten geguckt. Ah. Da. Na, das ist ja günstig. Da müssen wir sowieso hin. Gehen wir weg. Da waren Karten und Dinger. Die habe ich, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Bei Konsumartikel gibt es die. Hier. Südwesten. Das müsste jetzt der Bereich sein, wo wir sind, ne? Ja. Guck mal, hier ist noch so eine VHS-Kassette. Die ist hier gleich in der Nähe. Da irgendwo. Ja, du musst tief im Po denken. Das hilft immer. Hier ist sie. So. Sieht mal, was da noch liegt. Jetzt. Da liegt auch noch wer. Wie? Un... Äh, äh, links ich von mir hier. Gar nicht. Ein Horn, Drache. Was ist da hinten? Warte mal. Da ist, äh, gar nichts. Ich meine, ich gebe mir erst mal die Kiste. Ja, das machen wir jetzt, ne? Und dann gehen wir zum Drache. Ich liebe diese Reihe generell. Also, ich mag sie sehr. Ich mag auch grundlegend das neue Fahrkreis 6. Ich hatte da aber so meine Probleme mit, aber... Ja. Hahaha. Was war das da unten? Hat das jemand gesehen? Dann spurt man zurück und achtet mal da unten auf das Auto, was da stand. Äh? Äh, da ist meine Kiste drin. Das gefällt mir gar nicht. Ist sie das? Hm. Ach nee, hier ist ein Dokument. Das war aber komisch eben, ne? Komisch war das. So, dann holen wir jetzt jetzt die TV-Geräte und da ist dann auch der Drachen. Aber erstmal muss ich aus der Höhle raus. Also, sobald was Grünes da ist, also so ein Bewuchs, kann man hochklettern. Ach, da ist ein Blätter. Der Dolle ist nicht, ne? Wer nicht hören will? Muss wühlen. Ob sich das lohnt, weiß ich natürlich nicht. Also das mit den Herzen hier. Ich reiß das mal kurz raus, Verzeihung. Wir können die Waffen ja noch verbessern. Ich muss bloß Level-Aufstiege vollführen. Da oben? Oh. Fährst du weg? Okay. Verpisst euch. Ich bin am Jagen. Arschloch. Mein, mein Schutz. Mein Konsum gut. 30 CP. 30 CP. Opfer. Was? Ich bin ein Opfer? Hier ist ein Drache. Hier gehen wir nach oben. Hier ist natürlich eine relativ gute Stelle, weil ich hier ein bisschen Schutz habe. Da kann ich fliegen. Da unten ist der Drachen. Aber das wird nicht der sein, den ich brauche, ne? Das wird mich ja wundern. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Hier soll irgendwo ein Horndrache sein, da unten. Ist schon cool. Ich fliege jetzt nicht mit dem Ding. Ich will den Drachen jagen. Mit Pfeil und Bogen. Ach ja. Mit was soll ich ihn jagen? Finde und erlege den Säden in... Oh. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Ich werde jetzt sterben. Wo bist du? Drachi? Hier ist noch eine Kiste, die ich nicht gesehen habe. Das war kein Herz, ne? Wie wirft man... Wie wirft man noch die Herzen? Mit Tee? Wir fliegen auf. Aahh! Lauf! Ah. Oh. Ah. Ah. Okay. Hehehehehe Oh, ich hab keine Muni mehr. Oh, jetzt hab ich geguckt. Das war falsch. Oh, ist nachgeladen. Na? Na? Ich hab viel zu viel Angst. Ah, scheiße. Ich muss auf den kleinen Punkt achten. Ich hab nix anderes mehr dabei. Ja, komm hoch. Mann! Der hat die Stellung gewechselt. Oh, der ging daneben. Ah, scheiße. Ah, hier hinter. Schnell! Aha, da ging das mal. Ja. Uh. Hätt ich das geahnt. Hätt ich das geahnt. Hau nicht ab hier. Hätt ich das geahnt. 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 Ich hab keine andere Waffe mehr. Jetzt erstmal die, nee. Bleiben wir mal stehen. Oh! 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 April, April, der weiß nicht, was er will Ja, mach ruhig Oh, der ging daneben Wer Angst hat, ist Vaterlandsliebe hier Na, Schnucki Oh, der kann aber was einstecken Wenn ich keine Muni mehr hab, was mach ich denn? Hm? Bleib doch hier Mist Uh Uh Ich hab noch Handgranaten Ah, scheiße Ist Ist... Meine Fresse. Meine Pfeile. Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Da oben. Oh. Ja, dann kann ich ja fast die Explosionsschüsse, die wären ja ganz gut, ne? Jetzt habe ich aber keine Munition mehr. Und nun bin ich schon so weit gereist. Das muss jetzt reichen. Ja, der Drache ist da hinten irgendwo. So, warte mal. Jetzt ist das Ding dran und dann nachher das Ding. Ach, die haben wir ja schon. Da ist noch eine Mission. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo dieser Monitor ist. Der ist da hinten. Sag ich doch, das ist im Wasser. Und der ist da unten. Noch einen Drachen kann ich aber nicht erlegen. Da fehlen mir jetzt die Materialien. Die Kiste ist natürlich willkommen. Ein Molotow. Cool. Oder Molotox. Ja, der ist weiter weg. Ich höre den Fernseher schon. Erst Scheiß sammeln, um Scheiß freizuschalten. Dann kriege ich den Scheiß. Alles klar. Das wird jetzt ein bisschen schwer, ne? Hinschwimmen geht auch nicht. Und hinfliegen ist zu weit. Ich brauche ein Boot. Da unten ist ein Auto. Ja, hier habe ich ja noch ein bisschen was. Das sind Kühe, ne? Äh, die mochte ich nicht. Die Yaks. Die haben mich immer verjagt. Bleib liegen! Nein! Oh Gott sei Dank. Ey, hör auf, fliege. Schnell, 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 schnell. Keine Wahl. Ich muss es schaffen, oder ich werde scheitern. Scheiße. Oh, oh, oh. Neue Mission empfangen. Zeige jetzt an. Keinen Gegner übrig lassen. Kein Problem. Oh, die hier. Nein, ich will die Muni. Kann ich hier nicht rumlaufen? Habe ich hier schon was drin? Lauf! Lauf doch! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich habe totale Schmerzen. Na, nun kann ich denn das nicht nehmen? Kann ich das erst nehmen, wenn ich es nehmen kann? Ich kann es nicht nehmen. Das ist das Boot, ne? Ich will meine Pfeile wieder haben. Ah, sie juckt. Die gehen mir auf den Sack hier draußen, aber die hole ich mir auch noch. Ah, Mist! Hier ist noch einer an der Seite irgendwo. Ah, da! Nein, hast du nicht. Ich kriege aber nur Pistolen-Munition. Wir können uns die Dings holen. Wie viele kann man denn sammeln? Da ist noch einer. Das ist aber noch nicht unser. Herzschmerz. Das ist Schmerz. Kommen sie wieder zurück. Dreht ihr um? Drehen wir um. Jetzt war es das. Das waren die letzten, die beiden Patrouillen. Und jetzt bin ich hier oben. Gibt's hier keinen Job? Da! Boah, das war knapp. Hi! Gut. Riesen-Munitions-Kiste. So, das erst mal. Und dann... Griff. Aha, sicherer Lauf. Vollautomatik. AJM. Da ist noch nix weiter. Da geht nix. Ah! E. 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 Ja. E. Oh, 33 Minuten. Na toll. Habe ich ja wieder sauber hingekriegt. Scheint mir Spaß zu machen. So. Da haben wir genug Spritzen. Der Kartenscan ist noch gesperrt. Das macht aber nichts. Munition. Oh, ja. So. Nun sieht es erst mal wieder gut aus. Jetzt erst mal alles nachladen. Wenn nötig. Ist alles nachgeladen. Gut. Ja, manchmal wäre es vielleicht besser, wenn dann die anderen da wären. Ist ja auch ein Boot für mich. Wenn ich jetzt hier weg wollte. Nö. Das macht aber nix. Wir haben hier Geiselrettung. Wo ist das denn? Ach, guck mal, was da noch liegt. Ich brauch doch das Geld. Die beiden habe ich ja ganz. Ich reiß das mal kurz raus. Verzeih. Gut. 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 Wo ist denn hier sowas? Ach, da auch da unten. Warum sehe ich das nicht? Warum sehe ich das nicht? Warum sehe ich das nicht? Äh, das machen wir jetzt noch schnell. Also ich, die nehmen noch die Dings an. Oh, ich habe mich verlaufen. Hm, nee, doch nicht. Oder doch? Da hinten ist. Das ist alles hier an diesen Dingen. So. Okay. Gucken wir mal, wo die ist. Die ist da. Da ist aber nix in der Nähe, ne? Da ist der Damm in der Nähe. Das bedeutet, ich reise hier hin. Hier ist ja auch noch die Kassette. Geht das jetzt? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.